Hallöchen, 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 das machen wir nochmal. Schade, ich glaube, was lasse ich drin. Hallöchen, 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 jetzt kommst du zurück zum Resident Evil 5 mit der Lizzie. Böser Fauxpas, hallo ihr Lieben. Ich möchte zurück nach vorne. So, willst du mal den Hebel ziehen? Willst du wieder meinen Hebel? Damit ich wieder schuld bin, ergreife ich jetzt dieses lange Stück und zieh dran. Und da ist ein Edelstein. Den darfst du nicht vergessen. Oh oh. Was, da fehlt wieder irgendwas? Soll ich wieder irgendwas einsetzen oder was? Keine Ahnung. Warte, ich habe mehr Pistolen, Muni, ich schieße mal den Stein runter. Hast du überhaupt mehr, Muni? Oh. So, und was ist hier los? Öffnen. Öffnen. Na gut, wir öffnen. Achso, ich dachte, da müssen wir was einsetzen. Das sah aus wie eine Aussparung. Edward Ashford, das fünfte irgendwas. Nein, Excella. Excella Gione! Stopp da! Bravo! Verdammt, wo ist Jill? Jill? Vielleicht werde ich dir sagen. Vielleicht werde ich nicht. Du was! Kai Luhul. Wesker! Ich wusste es. Ja, ich auch. Ich wusste es. Das war so klar. Lass uns Liebe machen. Oh, die hatte ich aber lieb. So ist das bei mir und Frauen. Oh Mist. Nein, ich habe zu wenig Money. Scheiße. 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 Äh. 7 Minuten. 7 Minuten. Lord. Hinter dir ist Money. Oh ja. Gut. Danke. Nein, ich bin voll. Warte, ich heile uns. Brauchte ich mehr als du, aber egal. Du Arschgesicht, ey. Ich habe ihm seine Brille weggeschossen. Ah. War das gut oder was? Ich weiß es nicht. Nein. Bist du mir. Bist du denn? Ich kann mich nicht bewegen. Ich hänge fest. Jetzt. I'm coming. Lass mich durch. Ich muss meinen Partner heilen. Äh. Hast du gesehen? Ich habe noch geschossen. Aber du hast gesehen, ich habe geschossen. Du hast überhaupt nichts getan. Du hast überhaupt nichts getan. Nichts. Du hast mich einfach sterben lassen. Raine wird mit seinen eigenen Wahrheiten. Ja. Hast du mich gerettet oder nicht? Hast du nicht? Hä? Ich habe Damen-Dio. Das wirkt bei dir wahrscheinlich nicht. Ich verkaufe erstmal was. Ähm. So, äh. Tu doch mal das grüne Kraut raus. Dann hast du wieder mehr Platz. Ja. Säuregranaten brauche ich auch nicht. Dann haue ich, glaube ich, da mal mit, äh, mit Dings-Money rein. Äh. Ich glaube, ich kaufe mir noch ein Erste-Hilfe-Spray. Ja, ich habe jetzt zwei Stück. Ja, ich kaufe mir auch zwei. Und vielleicht sollte ich die Magnum mitnehmen. Dann lasse ich die, äh, Dragunov hier. Ja. Und dann meine Magnum. Ich habe wenigstens zwölfmal, also. Ja. Das ist gut. Ähm. Äh. Kannst du die nicht verbessern mit, äh, hier Kapazität, dass du da noch, dass die voll wird? Die Magnum? Ja. Kann ich. Super. Sehr gut. Dann hast du nämlich 21 Stück. Aber mehr, mehr kann ich nicht. Nee, ist gut. Aber so hast du wenigstens 21 statt 12. Das ist ja schon noch besser. Ja. Schon klar. Okay. Dann nochmal. Once again. Okay. Astrid. Heißt das, wir müssen jetzt sieben Minuten überleben, wenn er sagt, er hat nur sieben Minuten vor uns? Ach. Er spackt immer so blöd weg, der Idiot. Ja, ja. Er hat seine Brille verloren. F und V kontern niemals. Wow. A und D kontern? Nein. Mann! Deine blöde Freundin, die schießt auf mich. Ja, warte, ich komm mal zu dir. Ich heil uns mal. Au. Was war das denn? Wir haben jetzt ein... Ich komm hier nicht aus der Ecke raus. Au. Wir haben jetzt ein... A die ausreichend. Au, 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 au. Chill, lass das. Chill, hör auf. Willst du uns gerade mal heilen? Ja, kann ich machen. Wenn die blöde Kugel dich immer wieder treffen würde. Oh, ah, der hat gerade... Nein! Achso, oh Gott sei Dank. Ich brauch's grad sagen. Werden wir nicht weg. Nee, nee. Also, bei bestimmten... Oh, die blöde Bitch, ey. Ey! Ja, also wirklich. Was macht der denn da? In bestimmten Situationen kann man den, glaub ich, nicht treffen, wenn der so einfach rumschmackt. Ö, F und V, ey. Das ist doch... Niemand drückt... F, F, linker Haken. F, rechter Haken. Äh... Mann, geht der mir auf den Sack. Ja. Au. Ich hab's... Aua! Oh, deine blöde... Die blöde Kuh, ey. Gleich ist die nicht daun. Ich sag's dir. Ah! 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 Au! Das ist so ein bisschen im Nahkampf mit nirgendwo. Kann das sein? Ja, es ist nahe. Ich stehe. Oh, ich sterbe. Au! Alter. Lass mich doch mal weg hier du Scheiße Ich verballer meine ganz schöne Muni ey Ich geh mal gerade nach oben Ich brauch nämlich auch Muni Hau ihm in die Eier oder was auch immer Ist mir scheißegal Kacke Steh auf Hab ich noch irgendwas? Ne Hier ist ein grünes Kraut Hier ist doch ein grünes Kraut Komm mal mit nach oben Ja versuch's wenn der mich immer vorbeilässt Oh die schießt mit vollem Rücken Wir müssen uns ganz schnell heilen Schatz Ja Ja danke Nochmal Ja Die zweite auch? Ja Ja Witzig Jill, Jill, Jill Jill, lass mich nicht gehen Wir können jetzt nur noch runterspringen Toll, was hab ich jetzt gebraucht? Ich hab jetzt ne scheiß Dentgranate Die schmeiß ich jetzt auf die blöde Kuh da hinten Ja mach das mal Ich wollte gerade einen linken Haken machen Ah, du Arsch Au Ich hasse es Hilfe Oh, böses Blut Hä? Hä? Was war das eben? Hä? Hä, du bist tot, Alter Vor allem über die Sonnenbrille her Blödes Miststück Jill Erinnert dich Erinnert dich Auf unser erstes Mal Jill, come on It's me Chris Ja, du hast immer dran Nice move, Chris Aber jetzt, dass du Partner Has arrived Ich werde dich Two To Catch up Ow Come on, Jill Get yourself together Wake up Jill Valentine Jill Remarkable Ja, die zeigt jetzt ihre Boobies Ich hab keine Money mehr Ich auch nicht Womit soll ich es denn entfernen? Ah Doch, spring mal weg Ich hab natürlich auch keine Ich hab auch keine Heilung mehr, gar nichts Und keine Dragunov dabei Ja, genau Warte mal Anflehen Ich kann sie anflehen Oh, ich sterbe Hab ich noch irgendwas zum Heilen? Ich hab null Muni Null Ja, ich auch Ich hab noch ein bisschen MG Kann ich sie noch mal anflehen? Ich flehe sie einfach die ganze Zeit an Ich bin auch gleich tot, ey Wenn wir jetzt sterben, dann kotze ich Ja gut, aber das war ja ein Kontrollpunkt mittendrin Okay Nein, ich hab noch mal anflehen Nein, ich hab noch mal anflehen So schnell bin ich bei dir Ich kann doch nicht angehen Nur damit du sie anjammern darfst Bitte, bitte starten mit mir Ich liebe dich Ich liebe dich doch Ich liebe dich doch Au, 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 au Nein, was tust du? Ich komm zu dir Gib mir mehr Heroin Spritzt es mir Kann mir wieder runterkommen? Anflehen Hast du das? Hast du sie getötet? Du hast sie getötet Du hast sie getötet Ja, endlich mal eine Tat gemacht Verdammt nochmal Dieses Anflehen Was soll denn der Scheiß? Ich muss die anflehen Und wir müssen das Ding irgendwie Von ihrer Brust kriegen Da tötet sie die einfach Ich gehe nicht auf ihre Brüste Verdammt nochmal Aber ich Ja klar, das ist deine Aufgabe Da tötet sie die einfach Ja, hallo Ich bin eine Frau der Tat Ich bin das scheiße Was ist das? Oh, bittetisch Bitte, bitte Bitte, bitte Bitte, bitte, bitte Also wirklich Was für ein Scheiß Es geht nicht anders Wer hat er sich das ausgedacht Verdammt nochmal Oh Gott, okay Warte, was habe ich Gar nichts Ich habe nix Ja, ich mache Ich versuche es mit Kapazität, Verbesserung Wie es Ein Mully-Ding voll zu kriegen Ich mache bei der Magnum Ja So Und jetzt Würde ich dir raten Sie zu überzeugen Ich meine Das kann ja nicht so dolle gewesen sein Was ihr gehabt habt Hast du noch Geld Für Erste-Hilfe-Sprays? Ich nehme zwei mit Ach Stücke sind ja alle weg Ja Ja, dann kann ich auch zwei Stück mitnehmen Warte, warte, warte Erste Hilfe-Spray Mehr kann ich aber auch nicht Ja Und nochmal Ja, okay Habe ich Ich habe auch meinen Sniper jetzt dabei Ich weiß halt nicht, ob wir das abschießen müssen Oder ob wir halt einfach Ob ich irgendwann Wenn ich sie genug angefläht habe Die Chance habe, ihr an die Brüste zu fassen Das weiß ich auch nicht Also ich Ich flehe sie einfach immer weiter an Okay, das kann ich Aber ganz ehrlich Wir müssen sie ja ein bisschen runterschießen Sonst Die würde dich Warte mal Ich flehe sie einfach immer weiter an Ich entferne jetzt Mal Meine Pistole Und nehme meine Dragonauf mit Ich habe noch vier Schuss Ja Versuchen wir es mal So, ich nehme auch noch mein grünes Kraut mit Okay Okay, ich bin fertig Ja Puh Mal ehrlich Oh, chill Chill, ihr findet alles anders, was wir hatten Ich renne einfach immer zu ihr und drücke F, 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 F Ich kann nicht flehen Ich kann auch nicht hinterher springen Da stehen Frauen ja auch voll drauf Auf Anflähen, ja, nicht Ja, ja, um mich Und das ist, was wir tun Okay Oh, kann ich was machen? Oh, warte, 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 warte Abreißen Das war einfach Abreißen Reiß Reiß es ab Oh, blöde Stich Das muss ich wahrscheinlich häufiger machen Okay Oh Gott, ich habe, glaube ich, voll übersteuert Entschuldigung Warte Also musst du sie von hinten greifen Ja, warte, ich muss jetzt mal heilen Wir müssen die ausweichen Also gar nicht so schießen Nee Stabst du dir 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 Mal mal runterkommen Soll aber nicht so abgehoben sein Jay Mach die denn da Ich weiß es nicht Also überleg dir gut, ob das sie wieder haben Okay Jay, nee, eigentlich bist du mir viel zu doof Oh gut, ich gehe mal, ich gehe mal zu ihr Oh Gott, lieber Mann, ich muss mitkommen Ich muss dir doch helfen Achso, ja, dann komm mal Komm, 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 ich habe sie Ich habe sie Mach Ich versuch's ja Abreißen, 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 abreißen Ich krieg das scheiß Ding nicht raus Oh Mann, die treten mir jedes Mal in den Bauch Du wöde Kuh Ich schieß gleich wieder Nein, 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 ich schießen Komm, 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 komm Zieh doch einfach mal Durch doch Ich meine dein Charakter Kann doch nicht so schwer sein Und jedes Mann im Magen, ey Herzlichen Dank Mach das, Jill Ich will nicht, ich will dich schmerzen Au Oh, ich kann sie auch festhalten Ja, dann mach Abreißen 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 Au Jetzt kriegst du mich Abreißen 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 Jill, was machst du? Komm, ich habe sie Du bist bescheuert, was wir hier machen Ich heiß es wieder aus der Brust Los Oh Mann Du bist cool Hab sie Machen wir das richtig? Muss man das einfach ein paar Mal machen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht Ich weiß nicht, wie oft man das machen muss Au Irgendwas fehlt doch noch, oder? Habe sie Wollt ihr mich erinnern? Wollt ihr mich erinnern? Wo ist sie denn da? Habe sie noch mal? Vielleicht jetzt? Wir geben mal immer einen Schuss ab und dann machen wir es noch mal Oh Mann Ey, das müssen wir glaube ich abreißen Sicher? Ja Sonst gäbe es doch diese Option hier gar nicht Komm schon Jetzt Halt sie fest Oh Kann ich nicht Versuch es Versuch irgendwas Das funktioniert glaube ich Oder? Habe sie Jetzt nochmal Warum kann ich sie denn dann werfen Abreißen Sehr gut Reiß Ich spame wie bescheuert Ich flehe einfach weiter Au Ich flehe gleich wieder anders Das frage ich dir Warte sie nochmal Was ist denn da? Das war irgendwie schlecht, ne? Wie fest kann das denn drin sein, bitte? Na, richtig fest Oh Mann Ich kann nicht so schnell A-D drücken So, habt ihr nochmal Schieß nochmal Dann werf ich sie Und jetzt versuch es abzureißen Egal wie Irgendwas muss man auch passieren Das sieht aber auch merkwürdig aus Oh, ist das kacke Danke Schieß nochmal drauf Ich möchte dir wehtun Aber sowas von Das ist ein Greif Ja Ja, ja, ja 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 Jill Jill Ich liebe dich Ja, die dich jetzt nicht mehr Ich liebe dich Alles gut Klar Scheiß drauf Scheiß drauf, dass du uns umbringen wolltest Höhle Höhle Ich werde dir gut sein Du musst ihn stoppen Wir können dich nicht einfach hier verlassen Du musst es Das ist deine einzige Chance Wenn Wesker zufrieden Uroboros wird über den Weltkrieg Millionen sterben Oh ja, aber Ich bin gut Du musst ihn stoppen Chris Du bist der einzige, der kann Woah Du hast dich Ich komme mit dem Druck Nicht klar Ich bin mit dir oder Sheva Okay Oh, kein Kuss Jetzt küssen die sich Ja, die mochte, was ich mit ihr gemacht habe Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass ich das überleben Ja Mach nicht noch mehr Druck Alles gut Die hat ja nur eben gerade wahnsinns Kampfskills gehabt Ist ja egal Bleib mal da Ja, eben Ich leide wie ein Hund Oh, schön Oh, oh 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 Hast du Adleraugen, ey? Ja Sniperaugen Und sie hat ihr Kosmetiktäschchen dabei Mh Oh, der Joker Bitte Feuerharmonie, bitte, bitte, bitte. Ich glaube, erst mal haben wir das Kapitel jetzt beendet. Ich glaube auch. Ja, Gott sei Dank. 5-3 beendet. Dieses Bild. Und ich kriege schon wieder keine Punkte. Oh Mann, bist du schlecht. War gut, dass ich keine Bewertung habe. Okay, du warst wieder schneller fertig als ich. Du bist weniger gestorben als ich. Hast weniger Gegner besiegt als ich und warst unpräziser als ich. Also mecker nicht. Ja, aber ich bin halt ohne Bewertung. Okay, und die Folge ist zu Ende, würde ich sagen. Das lief doch gut. Also das lief besser als der Bosskampf letzte Woche, wo wir die ganze Woche einen Bosskampf hatten. Oh Gott, ja. Lief das doch deutlich besser. Auf normal. Auf normal. Auf normal. Wirklich. Okay. Das ist nicht leicht. Nein. Dann war es das mit dieser Folge. Und für heute, wir sehen uns in der nächsten Folge von Resident Evil wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss, Jan. Alles Liebe. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020